so ich verdurste ich bin gleich tot weil beim trinkpack hier die was zu trinken zu finden ist so warte mal ich muss das inventar und dieses hässliche oberteil immer das was man sucht findet man nicht was suchen du diese runden blätter naja das hatte ich gerade auch so eine mütze na brauchst du nicht nein weil deine frisur sieht ja nicht ganz gut aus also du siehst während die mütze mich eher attraktiver macht wird sie bei dir wahrscheinlich eher weniger attraktiver machen muss halt echt diese ganz kleinen pflanzen musst du zuhauf sammeln um da immer dieses woben raus zu craften so was kann ich nämlich wieder hier das geht einfach so ne 1 2 war mal eine komplette blätterrüstung und stefan du geile sau ich grüße dich willkommen der assassin's creed marathon erledigt darauf erst mal ein stückchen hast du mal mit youtube los wieso splash was los cooles game ja raiden dich grad oh warte mal ich habe das game angefangen finde aber kein woven fiber das musst du selber craften julian du musst woven fiber kraftest du hier mit plant fiber also das ganze kleine gedöns was ich überall finde warte mal wenn wenn jetzt der frage schon mal da ist zeigen wir doch mal wie schön dieses spiel ist ich muss fragen seine nachrichten immer erlauben alles klar oh Gott ich komm rein warte mal so jetzt schaut euch mal twitch raid von fragnard ja raiden geht ja nicht so geil und hallo nirv jon ich grüße dich so schaut euch mal bitte das hier an das spiel im miniaturformat wir spielen gerade quasi ja so verschiedene filmen in einem so richtigen pixar film auf jeden fall siehst du mich hier unten hallo ach so warte mal ja wo wirst du ja guck mal ich seh dich und wir werden auch sehr viel erkunden also wir haben heute ja gerade erstmal angefangen server sind noch ein bisschen überlastet das ist nicht so geil hast du mich gesehen vom locale wieder das große krabbeln ja nur dass du es halt wirklich selber live spielen kannst haben wir gerade marienkäfer in der nähe die sind nämlich spektakulär aus und die spinnen ja nicht so die sind fürchterlich horror ja ich seh dich was hast du gemacht hast du guck mal warte guck mich an ja du hast schon die komplette Blätterrüstung wie machst du das mit haar ich verdurste gerade dezent aber ganz Rocky was machst du denn jetzt hier ihr seht ein Ohr von meiner Katze gerade im Bild ich glaube Rocky hat eben ein Tier gesehen hier Rocky guck mal hier da das ist naja er interessiert sich nicht für den Stift weil was machst du denn jetzt hier Rocky guck mal hier na 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 guck mal hier Katze oh mein Gott hi Jan gibt ein Xbox Game Pass Beta für Windows kostet 1 Euro im ersten Monat dann 3,99 Euro und das Spiel scheint er momentan sogar zu haben zu sein für ne hab ich so irgendwie raus gehört wupp wupp Demi ich grüße dich herzlich willkommen mit haar hast du gesagt wuuu ja hä wieso kann ich denn achso ich hab meine Tastatur ausgeschaltet weil mein Kater wieder drüber läuft das hat dem Spiel gerade noch gefehlt ne okay aber ich verdurste dennoch ich muss mal ganz schnell zum Trinkpäckchen latschen weil ich bin gleich tot das ist schon Alarmstufe Rot wo war das Trinkpäckchen das Trinkpäckchen ist jetzt rechts von mir da ich hoffe dass wieder ein Tropfen rausgekommen oh nein upsala ja Gott sei Dank ist wieder was ist irgendein Sekt bei mir Rocky ist wieder auf 180 sorry hast du gehört ah ah wie lustig ich bin die Haier das muss schon wieder genehmigt werden fragen hat es Nachrichten müssen immer genehmigt werden ja dann wir sehen uns nicht zu viele Döner essen vorm Schlafen gehen zwei müssen reichen was macht der denn da jetzt okay wo ist was ist denn das hier sinkt ein Vieh was ist das für ein Vieh also schlaf gut ne bis dennne äh bis später Peter ich musste grad mal ich hab das große Krabbeln jetzt hier grad live im Stream was ist das eine Worte Alter ich bin ja angegriffen komm Rocky komm her Rocky wir müssen kämpfen I can do this so wo ist das da los Rocky ja wo schaffst das da hinterher wo ist das wo war es hier da ist auch noch was guck mal da über dir Rocky They're attacking our zone Dankeschön Demiel da guck mal da Rocky über dir über dir so genau deswegen hab ich kein green screen mehr wo ist das 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 große Tier hin nein 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 du kratzt jetzt nicht an meinem Ultimator ja geil haja logg macht so lange in Karate hm was komm kannst du da stehen oder soll ich dich halten wo ist das jetzt hin hier war hier mein großes tier was denn wenn es wieder sie ist auch bescheid das kann doch nicht verschwunden sein das würde ich heute nacht aufsuchen ja ich befürchte auch ich habe diesen käfer kaputt gemacht den kann man jetzt auch grillen den süßen käfer hast du kaputt gemacht vielleicht von dir ja so tschuldigung geht sofort weiter ach der fragt das ist schon ein lieber kerl heute kommen echt tolle leute hier rein das ist schon ja das ist schon der hat mir e-roller fahren beigebracht seitdem bin ich ersüchtig nach den dingern und du lebst noch obwohl du damit gefahren bist ja einmal hatte ich auch einen dezenten unfall das war ein bisschen peinlich weil direkt vor mir einer war das mitbekommen hat fast damit überschlagen habe weil die bordsteinkante zu hoch war nicht so cool man ja erst so ja alles gut ich muss gerade selber noch meine eigene rüstung fertig kraft nicht war ein bisschen abgelenkt wegen dingen wir haben noch kein roasting dingen hier ne morgen fahrschule dem ich wünsche dir viel erfolg viel spaß normale stunde oder schon prüfung wahrscheinlich normale stunde denken was leuchtet denn da so komisch das haben wir schon oben auf dem blatt ich habe das schon alles gebaut aber ist da nicht nur unser schlafgemach nein hinter dem schlafgemach was ist denn das hier was ist denn für die beine ok craften so dann haben wir jetzt auch noch was für die beine wie sehe ich denn aus guckt euch mal diese kurze hose als für die grünen diese grünen socken an man kann es doch keinem anbieten ich bin sicher sicher ich bin cool also wir wollen gleich in den tunnel rein das ist schon mal relativ sicher so mir fehlt nur noch die augenklappe dann habe ich auch die komplette die komplette rüstung am start ich war ein bisschen abgelenkt habe selber weg gekriegt ich habe ja insekten alarm zwei motten oder so das bild war das eine ist glaube ich so eine baby motte das andere große motte ich weiß nicht wo die herkommt ich denke im fenster wahrscheinlich wieder auf hier so ipad kann ich mir nicht leisten weil ich habe nicht eine einzige bandage wie crafte ich die denn bei snacks bestimmt bandage ach du liebe zeit kostet wieder ganz viel plant fiber da muss ich schon wieder sammeln es wird gleich nacht oh gott bei nacht in die höhle wird auch gut kannst du noch eine torch vorbereiten die ameisen aber was denn da los ja nein die greifen mir den käfer an hört auf damit das nein das war nicht gut das ist unser essen der käfer wir sperren die an au nein ameise lass es au was oh armgards oh geil handhelm nein 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 ich sterbe gleich wenn es so weiter geht ameise bleib hier jetzt hau dich ab ich brauche deine teile ich brauche deine teile achso stimmt das hatte ich vorhin habe ich ja ganz früh eine ameise getötet deswegen hatten wir doch relativ früh die ameisen rüttet ja ich habe dich gerettet kleiner käfer ich hoffe du riecht es bei den spinnen aus dass ich ein guter bin ja ich habe eine torch gebaut na jetzt hast du selber schon eine hm hast du selber schon eine brauchst du auch eine warte ja meines hat schon ziemlich ziemlich aufgebraucht ja warte hier ich habe zwei glaube ich oder ja warte kurz ich baue mir noch eben eine augenklappe so ich muss erstmal ne quatsch erstmal muss ich ja das hier bauen ich brauche trinken oder um oh und die augenklappe whether it's for an injury strategy or just plain fashion this eyepatch will do the job craft ja wir könnten gleich schlafen das macht Sinn sollten wir wirklich tun dann bin ich zwar wieder am verdurst und verhungern aber ich mach's nur im hintergrund ich will das trinken hier aber ich kann nicht hm wie langs trinken wir jetzt eigentlich dreieinhalb stunden oh ja das war mein erster stream seit langem wieder ich bin noch dezent überfordert hm miss ich muss was trinken wo kommt denn die augenklappe hin schwache hand kleider kannst du einfach equippen wo denn wie wo auf die augenklappe rechts klick und dann equip ach so statt dem helm also statt dem hut du kannst entweder nur noch augenklappe oder in den hut ach so ah oh nein ja musst du dich entscheiden die brille oder die frisur ne die frisur muss weg ich sehe mit dem hut auch nicht mal besser aus oh you feel a little squishy now ich bin ein bisschen außer wie ein mädchen aber naja was heißt squishy übersetzt ich bin schon wieder mega am verdursten wenn ich jetzt trinke bin ich tot aber es ist noch nacht das muss doch eigentlich wieder überall wasser geben oder hä du bist am verdursten wenn du jetzt trinkst bist du tot wenn ich jetzt schlafen gehe meine ich ja so trinken nice ist der stein auch noch irgendwo oder ist der stein jetzt weg hier ist noch ein stein so kommen noch irgendein tropfen irgendwo so nicht irritieren lassen für alle die jetzt erst eingeschaltet haben die laser hier ist von der schrumpfmaschine die ist kaputt die müssen wir halt reparieren weil alles ist eher so natürlich gehalten dann haben immer diese maschinen da sieht voll cool aus nachts ja so sind wir jetzt science fiction außer wo das spiel ja theoretisch realistisch ist jetzt abgesehen von dem schrumpfen oh nein wir haben nacht weißt du was das bedeutet meinst du die spinnen kommen wieder oh ja sie werden uns wieder heim suchen ja vielleicht sollten wir echt erstmal einmal übernachten und dann in die höhle achso ich kann auch grad überleben ja ja dann lass mal jetzt übernachten okay ich hab jetzt grad nen schluck getrunken weil ich war grad am verdursten wenn ich jetzt so verdurstet geschlafen hätte wär ich aber komplett dehydriert aufgewacht ah ja ich äh ich komm ich ah jetzt komm ich hoch okay okay are you ready moment moment hier ist noch so ein set i'm on my way mit nem guten Abend Rebo ich grüße dich hallöchen i'm on my way oh nein ich bin runtergefahren ja das raiden wenn das mal auf wenn es das mal auf youtube gäbe ready nice oh set respawn point hab ich noch gar nicht gemacht oh ich auch nicht das ist das ist irgendwie so ein gameboy spiel ne manchmal so du hübscher junger man hübscher junger man ja nur weil du schön bist ey dafür bist du klug und nicht dumm jetzt bestätigst du auch noch dass du die Witze gemacht hast gerade so trinkpäckchen servat ja was essen wir auch noch gut bevor wir in die Höhle gehen oh marienkäfer ist da so für alle die jetzt alles reingeschaltet haben hier ist der marienkäfer der auf der suche oh warte mal dem folge ich doch der sucht doch wieder schöne blattläuse ach ich hab ja noch was zu essen hier ach sehr gut dann zoom lecker lecker hat er was entdeckt huch hä ich glaub der hat was entdeckt und der rennt dann jetzt oh ich glaub ich hab was schlechtes gegessen was hast du denn gegessen äh fleisch aber was heißt spoilt spoilt ist äh fleisch schlecht ja genau das hab ich gegessen davon hab ich ganz viel aber das kann ich halt eigentlich nur noch wegschmeißen ich hab ganz viele pilze die ess ich mal so und jetzt brauch ich noch was zu trinken können aber du hast ja was geht's denn im game survival halt ne wir müssen groß werden genau ah blattlaus 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 nein ah dammit wo sie ihn wo sie ihn wo sie ihn nein nicht du flieger ich will dich nicht die blattlaus dann hätte ich erstmal wieder volles essen also eine blattlaus für uns beide wär halt ein Traum ne dann könnten wir super den Tag verbringen aber hier ist auch ein Käfer den kann ich noch kurz mitnehmen den tötest du ja das essen du bist böse warte mal hier ist haben wir schon die Milben oah oh Gott die sind ja gar nicht so schwach naja die hatten wir schon hier ist noch ein Käfer wir können zwei Käfer grillen oh oh hier ist voll die Milbenarmee ich hau wieder ab ich hab zwei Käfer sollen wir die noch kurz grillen ja genau und dann brauch ich gleich noch trinken dann können wir direkt los in die dunkle Höhle ich guck mal aber vorher müssen ja ich hab sogar was zu trinken gefunden wir müssen das Kabel vorher auch noch freimachen von den Zecken what du meinst von den Milben das ist nämlich Milben also Milben äh es wäre ein Schluck zu trinken beim Trinkpäckchen okay hol ich mir gleich ich hab jetzt gerade ja ich guck ich guck eben was heißt das lass ich dir aber ja gut wir haben gerade eben geschlafen deswegen ist mein Fleisch schlecht geworden das könnte gut sein man kann auch mal mehrere Sachen hier direkt grillen guck hier sind zwei Sachen eins für dich eins für mich das ist der Käfer oh Gott wie traurig sieht aus wie so ein Google-Hupf naja gut dann wollen wir das mal probieren Weevil 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 ach Mist ich hab ja gar keinen Hunger ich hab hä wieso hab ich denn schon wieder Durst weil mir eben schlecht war ne ach ne ich hatte ja noch ich bin gerüstet für den Tag sag mal baut meine Rüstung ab obwohl ich gar nicht gar nicht kämpfe warum mit der Zeit ich find die Balken sind nicht mehr ganz voll ey meine ja aber du hast doch auch eben gekämpft oder ja doch du hast eine Armeis eben getötet ja stimmt ich hatte ja sogar nen Fight so okay da ist wieder ne ne Blattlaus Blattlaus ich bin ready bleib stehen ich hab sie wo ist sie hin Achtung Spinne oh ja ich seh sie oh ja ich seh sie wo ist meine Blattlaus hin sogar eine getötet ach ich hab sie sogar im Inventar die kommen auch am Tage na das befürchte ich wo ist sie denn hin so dann lass mal zu dann lass mal in die Höhle gehen ja oh oh die kommt hinter uns her was machst du da warum bleibst du denn da stehen hallo ah Alter wie schnell die auf einmal losbrennt er aus nichts will sie warum bleibst du denn auch da stehen hey Rob ich dachte schon du wärst disconnected oder so war auch nicht lang genug aber dafür geil ich hab mich erschrocken was ist das hier ein Hotdog ich hab einen Hotdog gefunden der ist schon so angeknabbert hier der muss doch schon schimmeln eigentlich sieht aus wie so eine Arschfalte bitte was ja guck mal hier wo hast du die Arschfalte ja mit einer Wurst drin ja genau Goldmond was zum Teufel eine riesen Arschfalte kann man da hoch oh hier haben wir doch genug zu essen ach guck mal Hotdog man kann damit man kann das abbauen die Chrysler hiatiert okay also später können wir das abbauen dann haben wir gutes Fleisch cool warum liegt denn eigentlich bei uns ein Hotdog im Garten ja weiß ich auch nicht vor allen Dingen muss der doch mal irgendwann im sein so schnell wie unser Fleisch immer im ist hm wo sind wir ist das Hotdog auf der Karte angezeigt aber warum waren wir hier denn noch nicht okay da hinten sind die Laser äh ja gut wir machen erstmal das zu den Lasern ich wollte eigentlich wir sind gerade in der Nähe von da wo ich in meinem Frist nicht im Wetter meine Basis bauen würde aber warum zeichnet der das hier nicht ein weiß ich nicht hier war es mal in die Höhle ja Krippkopf Entschuldigung Entschuldigung ich muss das noch ein bisschen einstellen mit das ist dann nicht so krass übersteuert kannst du mir sagen ob ihr schon ein Floor machen könnt ähm wir haben noch gar nicht gebaut wir sind bisher nur am erkunden also wir haben zwar ein paar Sachen gecraftet äh so ein Lager und so aber wir haben jetzt noch nicht kein Basebuilding gemacht wie kannst du das du meinst äh schon ein Floor ist das ist aber eine gute Frage brauchst du ein Boot wir haben Wände wir haben Dächer wir haben Gerüste Achtung die Spinne ist hier in der Nähe ohja Gott es kribbelt wieder überall wie laufen wir eigentlich wir müssen mal jetzt zielstrebig dazu in Lasern ja wie stellst du das denn ein dass du da nicht übersteuerst ähm bei OBS gibt es so ein paar Einstellungsmöglichkeiten achso hab ich seit dem Ganzen seit ich mein ganzes Zimmer umgebaut hab noch nicht alles so richtig und den PC neu aufgesetzt hab den Kompressor und so meinst du quasi also die Filter ja solche Geschichten genau ok ok ja ähm wir müssen zu den Kabeln die waren da hinten bei dem Kaputten wir müssen zu dem Kaputten ah ne stimmt da hinten was so flackert ja ich nehme schon mal eine Waffe in die Hand hab ich eine Axt aber ich nicht spiel äh Daniel was ist daran freaky Hallöchen das ist das beste Spiel ever es ist doch vor allem eines der realistischen Spiele ever also du lernst ja richtig viel über die Insekten und ich hab noch einen Marienkäfer noch nie schlafen gesehen ich find da eigentlich gar nichts freaky dran wir sind halt nur geschrumpft und müssen halt wieder groß werden ja willkommen in meinem Leben das ist eine komplett realistische Welt mit allen Insekten die die Marienkäfer jagen die Blattläuse hä ist wo laufen wir denn schon wieder hin ich lauf dir die ganze Zeit hinter eh hier 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 sind die Milben die an den Kabeln knabbern warte auf damit oh Milben Army ist da oh ja wir können uns ja auch selber verletzen oh man kann ja auch blocken ne vergesche ich die ganze Zeit hm wobei es bei so Milben das nicht so wichtig ist naja ich hab schon was an dem die ist direkt glutet die Spinne 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 wow warum sind die so nah weiß ich auch nicht die verfolgt uns wir haben noch gar nichts gemacht oh das ist doch unangenehm die sind echt eklig vor allem sehen die alle anders aus die ja die haben echt die kommen uns hinterher ja ich versteck mich ducken wie kann man ducken? ja wie? Steuerung ach cool man muss echt eigentlich erstmal alle Tasten hier ausprobieren ne ok Goldmode ja ah 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 oh 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 scheiße da macht ja plötzlich nur Geräusche da kommt eines auf einmal ja da sind so angebläst und das Problem ist die sind halt so was von OP ich hasse Spinnen Deadpool es gibt aber Daniel einen Modus das so einzustellen dass die Spinnen nicht aussehen wie Spinnen und dass sie sich auch anders anhören bitte was warte mal warte mal das ist immer noch hinter uns her was macht erstmal die Spinnen zu dem Marienkäfer äh gucken was passiert oh Marienkäfer du musst uns verteidigen ja genau wir bleiben beide der hat hier wieder eine Blatt rausgegessen der hat hier wieder eine Blatt rausgegessen und der macht schon so einen Kung Fu ne der hat gerade eine Blatt rausgegessen so also das Kabel haben wir jetzt befreit ne dann ab und ne wir müssen noch runter wo war denn der ist der Eingang ja hier unten in der Höhle da sind 100 pro Spinnen oder sonst was drin und ach hattest du jetzt die Torch für mich eigentlich ach guck mal da sind noch weitere von den Viechern äh ich brauche ne Torch oh ja Gottmund ich seh nichts mehr uh Moment äh hier ich bin hier so laut dass die äh seht ihr was solange es nur die milden sind ist alles ok die sie einfach alles weglootet das Ding ist noch gar nicht tot das ist schon gelootet sorry wala was geht denn hier ab was ist das was sind das für Dinger die da oben runter gehen Headcrabs Half-Life 3 confirmed was ist das jetzt hier über uns oh die kann man einsammeln im Slime-Mold-Store da kann man bestimmt wieder was mit leeren ih die sind ja sogar behaart die Milben ja wieso kann ich das nicht einsammeln ih kannst du das hier oben einsammeln ach wir haben es repariert ah sehr gut ja ich kann es hier oben einsammeln hä nicht pick geht nicht bin ich so voll oder ach doch ach das sind ganz viele dann ne ne ein Inventar könnte voll sein echt guck mal hier kommen wir später durch das ist aber noch nicht hier kommen wir später durch guck mal hier noch brauchen wir was dafür ja ein Hammer Cage hallöchen wieso kann ich das nicht aufsammeln kannst du es jetzt wieder aufsammeln na dann bitte ist das bei dir noch da hier oben diese Dinger ich hab die schon weg gelootet ach so hä bei mir sind die da drin dahinter sind doch noch welche ne aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht hin investigate the mysterious Maschine ah guck mal wir müssen wieder zur Maschine ich möchte diese auch einbauen aber ich kann nicht ja dafür brauchen wir halt erstmal später neues Equipment stell dir mal vor die Spinne war jetzt am Eingang auf uns ach doch ich hab Slime-Mold ach 5 Stück eingesammelt das ist irgendwie so ein Bug glaube ich gerade eh wo ist meine Fackel denn zur Maschine zurück oh die Fackel oh Gott die Spinne ist noch da der Spider ist still hier der Spider ist ich glaube die Spinne hat ein Problem vielleicht können wir gerade oh Gott Armeise erschreck mich bitte nicht wir können vielleicht die Spinne gerade töten weil die hängt glaube ich fest oh man lass uns das tun ja dann mach mal ich geb Rückendeckung machst du mit machst du mit ich weiß nicht wir verlieren unsere ganzen Sachen wenn die wenn die hier wirklich festhinkt ist das unbeschonkend oh mein Gott dieser Schrei immer Leute nein Hilfe oh mein Gott oh nein die hängt hier über mir kannst du mich retten hallo bist du tot? ja ich liege hier noch 20 Sekunden oh nein scheiße warte ich die hängt noch bei dir oh das war ein bisschen peinlich dieser Schrei ey ich dachte ich oh Katai ey ich bin komm schon boah Schweißausbrüche hier ich muss dringend den Tod einstellen bei so einem Horrorspiel oh die Spinne ist noch relativ close oh du bist ja danke ja die Spinne ist noch einfach close put me in Coach danke 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 oh Gott das Schrei das wird sowas von in den Kommentaren markiert ja merkt ihr die Stelle 3 Stunden 46 Minuten guck mal hier was ist das denn oh guck mal meine Katze ist ganz fluchtartig gesprinte trotz Kopfhörer ...NINE . der Spiel muss nicht fertig ich lebe das ich kom Card ich klar oh Hilfe der Nachbar denkt auch schon wat da los was für eine Frau wem tut denn da weh oh ich schwitze hier bei dem Spiel kennst du! oh nein Hilfe mich hat so eine mouvement angegriffen so wenig leben. Wo bist du? Hilfe. Neben dir steht eine große, fette Spinne. Was? Neben mir? Ja. Nein. Hä, Moment, wo bist du denn jetzt? Nein, hier hinten an den Berg. Warum bist du ganz woanders? Ich wollte mich gerade heilen. Hilfe. Ich habe mich doch wiederbelebt. Ja, und dann wollte ich mich heilen. Dann hat mich diese komische Milbe angegriffen. Oh. Hilfe. Ich habe wirklich ein Problem mit Spinnen. Help me out. Help me. Das wievielte Mal hole ich dich jetzt? Ja, es läuft falsch, ne? Danke, warte, ich muss mich ganz schnell heilen. Oh, das ist wie ein Pralzinn auch so die ganze Zeit, wie häufig sie mich wieder retten muss heute. Oh, ich muss was trinken. Brauchst du ein Verband? Nee, nix da. Jetzt schnell zur Maschine durchrehen. Ja. Wir müssen die weiter investigaten. Oh, weil die Strahlen sind nämlich alle wieder soweit richtig. Spielst du eigentlich die ganze Zeit in der Ego, oder? Ja, ja, Ego. Dadurch ist es halt noch viel schlimmer, ne, wenn die Spinne so auf dich zukommt. Ja. Du musst das auch mal wieder. Aber das ist voll ungewohnt, wenn du die ganze Zeit Third Person gespielt hast und dann in die Ego gehst. Ich brauche was zu trinken. Oh, da oben ist was zu trinken. Investigate the mysterious machine. Du musst noch weiter investigaten. Ich weiß, unten oder oben? Muss ich oben noch einen Knopf drücken? Weil jetzt haben wir ja im Grunde genommen... Ah ja, warte mal. Ja, wir können jetzt... Wir haben das Target, äh, haben wir schon gemacht. Jetzt kann ich aktivieren. Bist du bereit? Jawohl. Such. Hm. Ich glaube, wir haben was kaputt gemacht. Äh? Das lief aber nicht so, oder? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020